your ban make it count da sind wir wieder ja mal gucken was es diesmal gibt ok dann gehe ich auf die offlane mit einer klinks spielt warum nicht mit draw das ist natürlich ich kann ein wang vor Oh, jetzt doch. Immer noch. So. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Klings es schafft. Guck mal ob ich dazu kommen Asiens zu farmen. Farmen habe ich nicht viel bekommen im letzten Spiel. Also bin ich echt dämlich gestorben. Micro nicht so. Zeus und Pangalier. Weaver? Oh. Man. Savage Silence. Gibt eigentlich nicht viele. Da ist die Frage ob Silver Edge wirklich in dem Fall. Passives. Super. But right. Ja. Doch. Ist okay. Allein für Klings die. Das ist schon. Schade dass das nicht auf Autocast geht. Das Late Game. Nur ich das eben nicht vergesse. So be it. No. Oh. Oh shit. Ich habe ein Problem. Ich muss weg. 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 Ich kann leider nichts machen. das würde ich... A Gold and red. Good enough. That was my thought. Es wird... Das wird ein bisschen übel werden. Hat er sich Boots geholt? Nee, hat er nicht. Er ist trotzdem schneller. Wirklich jetzt? Ich kann nichts machen. Nichts machen. Ich kann nicht vor dem Weg rennen. Neun. Silent has missed. Attack. Das war ich. Du bist nicht. So be it. Das war mein Gefühl. Nein. Ich bin auch. Scheiße Das erste was ich brauche sind Boots Boots, jetzt habe ich zumindest mal einen kleinen Vorteil gegenüber ihm So, ich kann vor ihm wegrennen Silenz Weep some more Ja Way heavy Armored Come Fucking more Jetzt renn wir wieder los. Spät. Spät. Ich bin viel zu langsam. Was ist jetzt denn echt für den Arsch? Oh man, wenigstens. Was ist eigentlich ein Maiden? Der ist schon Level 4. Oh oh, oh oh. Hoppla. Okay. Alles geschafft. Ah shit. Oh, das stimmt. Wir haben nicht mal einen Maiden geschafft. Level 6. Dann kann ich mit irgendwas anfangen. Ich bin unterwegs. Ah, die haben hier Vision. Was ist das so schwer? Oh man. Oh man, Junge. Wow, da sind einfach alle. Okay. Ich war noch 160 davon weg, wenn ich jetzt 200 Gold bekommen habe. Was ist denn Fokus? Oh man. Was ist denn das? Ja. Okay, warum seid ihr immer noch da? Hoppla! Okay. Endlich mache ich mal hier Damage. Endlich habe ich mal Geschwindigkeit. Puh, Klings sollte sich freuen. Hm. Du hast nichts, du hast nichts. Hm hm. Achtsch. Sehr gut. Ja, ich muss ja erstmal da hinkommen. Oh, jetzt geht es auch noch darum. Du kannst doch nicht anfangen wenn ich schneller bin. Ich brauche mehr Farmen. Keine Ganks. Farm. Ich bin nicht. Nicht noch. Nein. Ja. Hm. ok ok Ich kann euch mal ein Scepter Oh Was ist das? Was ist das? Ich darf mich daran nicht beteiligen. Wie oft muss ich daran noch denken? Ganz simpel. Jungle Farm. Ich bin in der Zwischenzeit. Ich bin in der Zwischenzeit. Ich bin in der Zwischenzeit. Was ist das? Ich bin in der Zwischenzeit. Irgendeine Art von... Mask wäre nicht schlecht Satanik, ja. Wo ist sie gerade? Ah, falsche Ecke, so. Ich muss sagen, es tut mir echt leid, aber ich habe momentan irgendwie noch die Arschkarte gezogen, weil ich einfach überhaupt kein Level habe. Meine Last Hits ist kein Farm. Ich kann nichts machen. Das ist doch... Ich habe irgendwie so überhaupt keinen Farm. Ich sterbe schon fast gegen Creeps. Das klingt, scheint es auch nicht ganz so gut zu gehen, aber... Ich muss schauen, der kann nur da. Ach, Mann. Na, wir mal scouten, ob einer kommt. Ich kann lassen rankommen. Ich brauche den Scheißwahn. Klar sehen die mich da. Ja, hier. Ja, das ist so erbärmlich. Das ist so erbärmlich, ich kann nichts machen. Alter, ich bin... Da wäre wie jemand... Okay. Hat ich den Kühler nicht gemacht? Ja. Oh. Oh, shit. Noch so viel. So ärgerlich, ne Haste würde... Ich sage, ich habe noch keinen Shadow Blade, ich habe nichts. Das war dofe Idee, da zu bleiben. Ich bin mit Farben so hinterher. 13, aber mittlerweile geht es, aber die anderen sind halt höher. 15, 16, 17, wir haben 14, 18. 18. Es ist ein Kompäule, die Techniky. Ja, eigentlich ist es. Die Dile Struktures sind 45. Das ist ja gar nicht. Das ist egal. Ja, das ist ja gar nicht. So ist das so ein Haus. das einzige auch was mich auffällt ist im moment meine geschwindigkeit die einfach für den arsch und das ist das obwohl ich 150 schade aber im movement speed spell arm attack speed steht doch ist unser korea eigentlich tot war nicht meine schuld das ist sehr freundlich ok Ich hab halt nichts. Wieso? Wieso krieg ich links grad nix auf die Reihe? Tikespeed, das brauch ich, aber ich muss mal auf Level 15 kommen, ohne dass hier alles das doch unter und drüber geht. Fuck. Ich darf jetzt schon wieder vorsichtig sein. Ich bin immer noch Arsch langsam, wann rafft ihr das endlich? Läuschen machen ohne Farm. Ich bin einfach eine gute Idee. Okay. Wieso ist das Rausch nicht ab? Hab ich irgendwas verpasst? Okay. Okay. Ich kann kaum weiter. Hoppla. Hoppla. Ja. Wie kann es eigentlich sein, dass da alle drauf gehen? Dann klingt es gekillt ohne mich. Ja. 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 Eigentlich geht es mir eigentlich ein bisschen voran hier. Und wie geht es mir eigentlich? Ja. 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 Wo hat er sein Damage her? Was sind das denn für Damage Instances? Habe ich da irgendwas verpasst? Ich habe keine Ahnung, wo kommen diese Instances her? Der geht an mir vorbei, haut mich einmal. Warum der nicht rumrennt und alles weggeratzt? Das verstehe ich auch nicht ganz. Meine Fresse, wenn ich abhauen muss. Wenn ich keine Initiation habe, ja und Zeus bringt mich schon wieder halb um. Ja. Ich weiß nicht. Ich komm einfach nicht an die heran. Für mich deaktivieren. Nicht viel. Ich bräuchte halt irgendwie Farben, aber... Komm schon, Mann. Ich bin da. Ops. Oh, shit, Mann. Ja. Oh, shit. Was soll ich machen? Ich hab kaum was. Ist ja gut. Jetzt gehen wir nicht auf den Geist. Ich hab keine Chance. Shit. Oh, okay. Mann, 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 das kostet so viel Mana. Aber anscheinend... Ich weiß endlich mal, was von uns funktioniert. Und wenn ich den damit... Das Einzige, was ist, ich bin total langsam. Ich hab einfach drauf, dass Zeus hier ist, aber... Oh, shit, Mann. Oh, shit. Oh, shit. Schrittchuchkea Ah dang it Mann man man Der kann alles picken Er kann alles picken. Okay. Ich komme zurück. Komm in. Oh, Pengelier. So. Komm schon. Shit, 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 shit. Ja. Wirklich. Oh, Mann. Ja, ne, ich brauche erstmal mein Silver Edge. Bin ich ein bisschen schneller, ein bisschen stärker. Oh, Mann. Kann ich einen Spot bekommen? Was ist denn? Hoppla. Shit. Fuck. Ich weiß auch nicht, was die unbedingt damit wollten. Das ist einfach... Jedes Mal will ich da rein. Jedes Mal wollen die da rein. Ja. Relentless. Das ist irgendwie tendenziell schwer, ihn zu bekommen. Das ist mit Silence... ...Massel Madness. ...Massel Madness. ...Massel Madness. Scheine ich da wirklich... Wolle ich denn bitte noch Geld für den Buyback übrig haben. Shit, 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 oh man Mann, Klings, mach was Warum? Du kannst nicht auf vier Leute reingehen Mann, mmh Schön und gut sieben Kills, aber Ich gucke, ja, schön und gut So viel Bonus Agility 150 Agility Shit Attack Speed, eigentlich Immer noch Ah, es ist einfach Ja, oh Daaaang. Okay. Okay. Go rush, go rush. I'm not in for refresh. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, shit. Ah, come schon, man. Oh. Okay. Come schon, man. So. Ah. Wow. Wow. Oh my god. Oh my god. Oh. 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 hat Weaver seine Kills. 6, 9, 6. Das ist nicht falsch. Definitiv nicht falsch. Besser wäre es natürlich hier auf den, aber... Ach nee. Ja, auf den hat er 6 hat. Ich habe 3 auf Blood. Am meisten Kills auf ihn. Ich will nicht sagen, dass ich da stolz drauf bin. Wenn ich da stolz draufgegangen bin, aber... Meister habe ich ihn schlussendlich gar nicht erledigt, sondern irgendwas anderes. Ich bin immer noch zweiter höchste Net Worth. Also, hm. Ich weiß nicht. Es lief nicht gut. Es lief definitiv nicht gut. Es hätte besser laufen können. Das ist ein echt dämlicher Counter. So, wollen wir noch mal sehen, was wir dazu gewonnen haben. Ich könnte mal kurz meine Tabelle von 13,72 auf 97. Das heißt, ich bin... 25 bin ich plus. Ja. Also, ich schreibe das jetzt nebenbei her mit auf, deswegen... Ja. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ciao.